Lady Gaga in Wien. Ich sehe, es ist zum ersten Mal. Es ist zum ersten Mal Lady Gaga? Ja, ja. Wie gefällt es Ihnen? Schon ergreifend. Ein bewegender Moment für Sie? Ja, sehr. In Wien und dann Lady Gaga. Schaut ein bisschen schlampig aus, das Ganze, was Sie anhat natürlich, ne? Ja. Lassen Sie sich gerne von Ihrem Stil inspirieren? Schauen Sie mir auch, glauben Sie, dass der zu mir passt. Oh, jetzt sag ich Ihnen ehrlich, wie eine Prostituierte. Was heißt? Doppelt. Doppelt? Ja. Ich bin mit meiner Frau 28 Jahre verheiratet, aber ich möchte nicht tauschen. Weil, da müsste nur ich arbeiten bei der. Die Lady Gaga ist hier. Wo? Da, Lady Gaga, was sagen Sie? Na, da gehst du auch vorerst. Und, gefällt es dir? Ich bin ja kein Warmer. Moment, Lady Gaga ist da. Sorry, Lady Gaga. Ja, ja, sie ist schon auch Gaga. Wo schaust du genau hin, sag? Ins Pokerface? Nein, nein, ins Poker-Outfit, verstehst du? Ja, super, Sie kennen es gut, ja? All right, all right. You give me love and I want to romance you and me. We get a money, you get a me. Oh, thank you. Welcome. Lady Gaga hat eine kurze Stiftbesitte hier in Wien. Aufregung, Po, es tummelt sich alle. Vielleicht können Sie sich ein bisschen beraten. Ich weiß ja nicht. Wo ist denn der Manager? Ich bin der Manager. Ja, aber der Manager von der Gaga, meine ich. Ach so, ja. Grüß Gott, mein Name ist Marius Greiner. Ich habe mit Ihrer Kollegin abgeklärt, dass wir kurz einkaufen gehen dürfen. Es muss ganz explosiv bleiben und wir wollen auch keine große... Danke. Gerne. Wir machen uns ganz ruhig und wir schauen, dass wir auch schnell wieder weg sind. Ja, muss nicht schneller sein. Sie mag generell keine Beratung, sie möchte sich selber mal umschauen. Und wenn sie was braucht, dann würden wir auf sie zukommen. Ist gut, gerne. Was, zwei? Zwei. Ich glaube vielleicht zwei Brillen da. Wahnsinn, oder? Noch nicht. Geil. Eine oben und eine auf den Augen. Wie viel Rabatt bekommt Lady Gaga? Lady Gaga kriegt 50 Prozent. 50 Prozent, ja. Ich will schon jetzt einmal raus, was sich da tut. Da ist schon einiges los, vielleicht können wir da raus. Oh, da tummeln sich schon die jungen Fans von Lady Gaga. Vielleicht können wir kurz nochmal aufmachen. Lady Gaga! Gaga! Kommt mir nicht dran an die Frau, ist ja Wahnsinn. Würdest du sowas anziehen wie Lady Gaga? Ähm, wenn ich erwachsen bin schon, aber jetzt wohl nicht. Du bist doch ein bisschen zu jung, gell? Ja. Dauert noch ein bisschen. Ja. Aber bald ziehen wir dich in dem tollen Outfit. Gib dir noch zwei Jahre. Äh, drei Jahre. Okay. Die Limo steht schon bereit für Lady Gaga. Lady Gaga! Wow! Ja! Lady Gaga! Ja!